Herzlich willkommen zu einem weiteren Lernvideo von Netzwerb Deutsch, dem Netzwerk zum Lernen der deutschen Sprache. Diesmal zeigen wir euch die Konjugation des deutschen Verbs Aussehen. Schaut und hört euch die Formen gut an. Wir beginnen zunächst mit den Stammformen. Sieht aus, sah aus, hat ausgesehen. Kommen wir nun zu den Zeitformen. Als erstes schauen wir uns das Präsens an. Ich sehe aus. Du siehst aus. Er sieht aus. Wir sehen aus. Ihr seht aus. Sie sehen aus. Weiter geht's mit dem Präteritum. Ich sah aus. Du sahst aus. Er sah aus. Wir sahen aus. Ihr saht aus. Sie sahen aus. Wir machen weiter mit dem Perfekt. Ich habe ausgesehen. Du hast ausgesehen. Er hat ausgesehen. Wir haben ausgesehen. Ihr habt ausgesehen. Sie haben ausgesehen. Kommen wir als nächstes zum Konjunktiv 1. Ich sehe aus. Du sehst aus. Er sehe aus. Wir sehen aus. Ihr seht aus. Sie sehen aus. Nun folgt der Konjunktiv 2. Ich sähe aus. Du säest aus. Er sähe aus. Wir säen aus. Ihr säet aus. Sie säen aus. Den Schluss macht der Imperativ. Siehe aus du. Sehen aus wir. Seht aus ihr. Sehen aus sie. Das war unser heutiges Lernvideo zum Verbaussehen. Wir hoffen es hat euch gefallen. Wenn ihr weitere Videos wollt, abonniert einfach unseren Kanal. Schaut auch auf unseren Webseiten www.verbformen.de, www.verben.de, www.sprachlehre.de und www.zz.de vorbei. Macht's gut und bis zum nächsten Video, euer Team von Netzwerb. Bis zum nächsten Video.